Machen wir uns jetzt unseren heiligen Zaubertisch! Freunde, wir haben den Zaubertisch, wir haben den Zaubertisch, wir sind so cool, wir sind so cool. Herzlich willkommen Freunde, heute wieder zu einem Minecraft-Fake. Wir sind wieder zurück in der Minecraft-Welt. Nach einem kurzen Spot eigentlich für euch, aber für mich nach ein paar Tage, okay. Letztens haben wir ja geile Sachen rausgeholt. Und jetzt muss ich gerade überlegen, wir wollten uns ja einen Zaubertisch machen. Wir müssen uns die ganzen Sachen holen, gell? Ich weiß, das ist jetzt nicht ganz genau, okay. So, Zaubertisch, Obsidian brauchen wir dafür. Haben wir genug Obsidian? Eins haben wir, wie brauchen wir für den Zaubertisch? Eins, ach so, ja, ich habe letztens gesehen, natürlich in anderen Spaces, habe ich mich informieren lassen, dass wir natürlich richtig dumm sind erstens. Und dass wir gar keine Ecken brauchen, wir unten beim Portal. Oh, ich schwankle auch mal ins Portal rein. Okay. Also können wir die hier in Ruhe abbauen. Die brauchen wir nämlich gar nicht beim Portal. Und dann haben wir eigentlich schon die, wo wir, komm, rein, klemmscher. Dann haben wir die schon, was wir brauchen. Dann haben wir schon drei. Wenn wir das abgebaut haben, dann können wir uns unseren Zaubertisch machen. So, jetzt kommt gleich der erste Schlag mit unserem Diamantschwert. Zack. Geil. Geil, geil, geil. Das finde ich geil. So. Sehr gut. Das mag ich. Probieren wir jetzt, wir brauchen noch ein Level. Das ist mir gar nicht eingefallen. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Fleischi. Fleischi, Fleischi. So, das müsste reichen. Lass uns runtergehen. Lass uns den Rest, ob sie dann, hier rausholen. Drei haben wir. Und Diamanten brauchen wir noch. Einen. Hier. Perfekt. Also wir haben ja noch 13 Ecker. So, Zaubertisch. Vor mir zum Loch. Ein Büchlein. Hä, brauchen wir vier? Oh, da hab ich noch dran gedacht. Genau, Freunde, dann ruft mich einfach mal einer an. Ist ja ganz locker, gell? Ist ja ganz locker. Wenn ihr das letzte nicht verstanden habt, tut mir leid. Ist ja einfach jetzt egal. Wir wollten es auf das dritte abbauen. Weil dann haben wir nämlich alles für Darsch. Für den Zaubertisch. Auch wenn es jetzt richtig hässlich aussieht, aber der ist halt jetzt. Oh ja, genau. Genau. Oh ja, genau. Genau auf der anderen Seite unten fallen. Das ist richtig Töfte. Das ist richtig Töfte. Das ist richtig Töfte. Egal. Egal. Dann halt nicht. Gut. Dann machen wir uns jetzt unseren heiligen Zaubertisch. Freunde, wir haben den Zaubertisch. Ja, wir haben den Zaubertisch. Wir sind so cool. Wir sind so cool. Wir sind so cool. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier irgendwo so eine schöne Fabrik rein. So eine schöne Bücherei. Wir wollen noch ein paar Fackeln. Ähm. Hier ist eine Fackel. Hier ist eine Fackel. Ich glaube zwei oder drei müssen reichen. Okay. Okay. Wir nehmen die mal in der Hand. Gut. Sehr gut. Dann bauen wir das ab hier. Genau. Und dann nehmen. So. 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 Das muss eigentlich reichen. So. Das muss man schon einsammeln. Und hier kommt erstmal die Fackel hin. Dann holen wir uns jetzt erstmal wieder unser Zugterrohr. Papier kriegen wir dann aber auch noch Leder. 38 Leder. Das ist das. Wir haben so viel Papier dann. Okay. Okidoki. Okidoki, Freunde. Okidoki. Es ist nur die Frage, wo hier Papier ist. Okidoki. Du kannst das jetzt nur auf der Anspiel. Okidoki. Uh. Hey-hey-hey-hey-hey. Ahhhh. Okidoki. 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 genau das ist die kontrolle sehr locker mache ich das ja genau immer wieder in den scheiß will ab genau genau immer wieder mit irgendwas mehr so weiter was du willst mein lieber bürger so wir wollen uns gerade die bücherregale machen nachdem uns unsere liebe xbox gestört haben so hört mal auf hier das nervt doch richtig das nie doch nehmen zu so 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 das sieht gut aus die sollen echt mal auf wenn es mehr blockieren muss ich da mal einmal reinsetzen manche zacke gucken wo die sind da unten ist eine riesige blickhöhle da habe ich jetzt auch keinen bock mehr drauf ehrlich gesagt die sind ja noch nirgendwo das verstehe ich jetzt nicht das ist doch nichts hä da ist noch kohle aber das ist eigentlich ja nichts das ist komisch das ist eine komische sache ja ok dann ist mir auch egal ehrlich gesagt ach so nicht dass da unten jetzt noch welche spawnen ähm tolles zimmer als er dazu ja gut also freunde ihr seht hier sind keine zombies ich werte nach mal in links das play suchen oder so aber in dem wollten wir jetzt an mal ein zauberstück fertig machen einfach mal schalte fackeln gut hier würde ich sagen kann ich spawnen dann ist die sache hier was hast du jetzt unten liegen lassen super schlau super schlau zaubertisch kommt ähm hier hin geil und die fall kommt erstmal hier hin und hier kommen dann die ganzen bücher weg alle gleich hin ich freue mich schon so richtig und wenn ich die sache weg mache dann das ist ja alles ein so und ich habe jetzt noch was soll— wir haben eigentlich genug um so das alles zu machen ich weiß dass es super verschwenderisch ist aber jetzt ist ja eigentlich schon cool ich brauche ich muss noch Holz machen so dann mach es hier also mal mit mir Ein paar Bücher. Hier noch ein bisschen. Zwei, nee, es reicht wieder nicht. Ich muss mir Holz machen. Oh, hört mal auf. Scheiße, es riecht richtig auf. Ihr sollt echt mal aufhören. Es riecht richtig auf gerade. Oh, wir haben aber zu wenig Zucker, aber für diese Sache hier. So, sechs müssen wir erstmal reichen. Okay, das ist da vorne. Ja komm, das können wir uns auch so stehen lassen. Manche bin süchtig danach. Weil Zucker, aber brauchen wir zum Besuch. Ah, da ist noch mehr. Okay, dann ist eh egal. Äh, haben wir noch Leder überhaupt? Scheiße, wir haben keine Leder mehr. Ja, da haben wir nichts. Okay, dann machen wir hier das weg. Kann man das überhaupt wegmachen? Scheiße. Ah, schluss, da kommen ja 1-3 raus. Dann machen wir hier über eine Fackel hin. Das sieht auch ganz gut aus. Okay. Dann bringen wir hier noch Steine hin. Dann ist die Sache auch schon gegessen. So sieht es für mich auch ganz gemütlich aus. So, dann tun wir unser Schwert rein. Ja, scheiße, stimmt. Wir können natürlich nicht verzauben mit Schlaubis. Wir müssen uns erst Läppel hier holen. So, dann schlafen wir mal später. Jetzt ist eh nachts. Dann schlafen wir mal später. Friends, ich glaube, hier zeig ich schon um. Ich muss mal nachgucken. Ja, 9 Minuten 7. Also, dann beeile ich mich jetzt mal. Und jetzt lief ich vielleicht noch ein paar Schweine. Also, eine will ich mindestens. Das schaffe ich doch noch, oder? Also, irgendwas verzaubert bin ich eigentlich schon. Sonst hatte das Let's Play gar nicht gewagt. Und dann sterben wir wieder. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Das ist eine schwierige Sache. Mann, noch so wenig, dann habe ich ein Level. Okay, da vorne eine Kühe und so. Dann holen wir uns die, würde ich sagen, und dann fertig. Dann haben wir ein Level, dann gucke ich, ob es geht. Ja, ein Level. Hallo. Okay, ein Level. Oh, ich weiß, wir kommen gleich noch rein, dann muss ich das erst sein. Hier, wir haben noch genug. Wir haben noch viel genug, was habt ihr denn alle? Ich weiß nicht, ich hätte es braten sollen, aber ist jetzt auch egal. Okay. Gut. Gut, natürlich geht es jetzt nicht. Nachher müssen wir mal alle Bücher abbauen. Und dann... Ach shit. Ne, wir wollen einfach mal schnell den Zaubertisch ab. Okay. Wir wollen halt dann da hin, wo kein... ...er Ding ist. Kein Bücher. Jetzt müsste es da nicht gehen. Ja. Ja. Und... Ne, wir sind ja super. Das ist mal richtig geil. Das lohnt sich's und mit dem geilen, supergeilen, ja. Das ist mal nicht gerade ironisch für die, die sich noch nicht so lange auskennen. Das ist ein richtiger Scheiß, aber ist ja auch egal. Hier beendet das Let's Play, Freunde. Hier mit unserer schönen Zauberhütte. Und ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal.